Die Musik gefällt mir nicht und sein gehässiges Lachen noch viel weniger. Was? Nein! Nein! Alter! Angst! Ich hab Angst! Die Frage ist, ich hab keine Ahnung ob wir das schaffen. Sag mal wo ist Kratos? Ich hatte Kratos drin! Warum ist Kratos nicht da? Warum ist Rain da? Ich hatte Kratos... Was? Was ist denn der Scheiß? Komm gib mal deiner großen Schwester einen Apfelgel. Alter! Aua, aua, aua! Das kann doch nie sein! Und warum steht Rain da wie bescheuert, wie bestellt und nicht abgehört rum? Nein! Schitte! Aaaaah! Hoffentlich schaffen wir das! Ich werde das Gequatsch und nicht alles wiederholen! Was? Wo kommst du da her? Aaaaah! Das ist doch nicht dein Ernst! Warte mal! Alter! Nein! Hör auf, hör auf und lass mich in Ruhe! Und wo ist Kratos verdammt nochmal? Hab ich den aus... Ich dachte, er wäre tot! Alter! Rain! Du blöde Kuh! Scheiße! Ach! Ach was! Stimmt, die kann ja jetzt Resurrection! Wie geil! Alter! Ich kotze gleich! Ach da! Ich hab das grad nicht gefunden! Das Problem ist... Der... Das letzte Stück ist ja immer das härteste! Was? Boah, wie der sich immer wegteleportiert! Das verwirrt mich total! Au! Nein! Rain darf nicht sterben! Was? Nein! Nimm dir mal bitte ein Apfelgel! Hilfe! Ich bin leicht nervös! Aber auch nur ganz leicht! Das ist nicht dein... Das ist nicht dein Ernst, Mädel! Wen willst du denn Resurrecten? Dich selber gleich, wenn du's weitermachst! Ah! Ah! Rain! Rain! Och Gott sei Dank! Sag mal, wie viel hat er denn noch? Och Gott, ey! Nein! Ich bin ein bisschen nervös! Merk mal das! Und Rain, was zum Teufel machst du hier vorne? Wo ist Kratos? Wo zum Teufel ist Kratos? Nein! Nein! Du Arsch! Du Arschkopf! Du Arschkopf! Das ist doch nicht dein Ernst! Nein! Lass mich in Ruhe! Au! Boah, ich hasse euch! Alter! Haben wir's bald! Boah! Ey, Alter! Halleluja! Oh mein Gott! 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 Wir haben sogar einen positiven... eine positive Grat... greater... Ich... Ach egal! Ich höre auf zu reden! Oh Gott! Ich bin zu fötig! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Colette! Komm zurück! Ich werde dich wieder zurück zu deinem normalen Selbst! Ich promise! Colette! Hast du mich wirklich vergessen? Du wirst dein Zeitraum. Nicht nur hat sie ihre Erinnerung verloren, aber sie hat die Seele verloren, um deine Worte zu hören. Wo war der? Wo war... Ich hab den doch nicht aus der Gruppe geschmissen, oder hab ich das aus Versehen? Nein! Also war er wirklich weg. Also war er wirklich weg. Und ich hab's mir nicht eingebildet. Das ist Darius Carlon? Was? Macht er doch! Was? Wer zum Teufel ist Kratos? Was? Einmal? Was? Was? Oh Gott. Ich weiß nicht, dass sie ein Angell ist, um zu halten, um den Chosen zu halten. Krotos ist auch ein Angell? Sie uns verabschiedet haben. Verabschied. Wenn die Chosen mit Martell verabschiedet wird, sie wunderviert wird und der Welt wird gegründet. Ist das nicht das, was du willst? Was? Als sie durch die Götter Martell verabschiedet wird, wird Colette wirklich sterben. Nein. Sie wird als Martell wiedergeboren werden. Verabschiedet! Du denkst, dass ich das verabschiedet werde? Colette ist unser Freund! Nein! Was? Ich will nicht gegen Kratos kämpfen! Was? Nein! Nein! Alter! 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 Nein! Oh mein Gott! Das ist nicht euer Ernst! Ah! Fesse! Nurse? Was? Und das... Irgendwas gefühlt... Ah! Alter, mein Spiel... Alter, nein! Resurrection, bitte! Resurrection, bitte! Nein! Ist doch nicht dein Ernst! Was ist das? Komm schon! Ah! Mein Spiel zuckt auch! Äh... Alter! Wie viel hat der? Alter! 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 Alter, Alter! Lass mich! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Lass... Ah! Ah! Was? 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 Alter! Kratos! Was tust du? Was tust du? Nein! 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 Hauf! 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 Was? Nein! 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 Ich will ja es neu machen! Was? Ähm... Was? Ähm... Äh... Was passiert hier? Ähm... 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 Ach... Näh! Dass wir dich auch mal sehen! Wer ist das? Pff! Ein anderer Angel? Bess? Bess? Was? Nein! Oh Gott, Leute! Was? Du verarschst mich doch! Du verarschst mich! Walter! Was? Was? Was ist das denn cooles? Wie geil war... Wie geil ist denn das? Sheena! Alter! Rain, äh, oder Rain oder so oder so. Ich fühl mich so ausgegrenzt. Äh, Alter! Wie viel hat der? Gott, ich kotze gleich. Äh! Alter! Was zum Teuf... Was? 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 Nein! Ah! Was? 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 Halsch... Was ist das? Müssen wir jetzt auch noch gegen das Schwert kämpfen, oder was? Au! Boah, ich will vorher beschwitzen. Oh Gott! Huch! Ach! Was? Äh... Was? Kapos! Ich mochte dich! Oh Gott! Ich muss gerade mal durchatmen! Oh Gott, ich bin... Oh Gott, ich muss... Ich bin ein nervliches Wrack. Ach, ja... Und dann läuft auch sicher der blauhaarige Typ hier rum. Diese Leute sind Designs. Was? Was bedeutet das? So viele Dinge passiert einmal. Ich bin auch verwirrt. Also... Dann gehen wir nicht über alles, was wir wissen, über die Situation, wie es jetzt steht. Erstens unsere heutige Situation. Als wir in der Tower of Salvation getötet wurden, wurden wir von der Organisation auf dieser Basis, die die Designs erinnert. Sie nennen sich die Renegades. Äh... So, was du sagst, ist, dass... Die Leute hier genannt sind Renegades und nicht Designs? Hat sie doch gerade gesagt, Lloyd! Okay. Ich verstehe wirklich nicht, aber geh auf. Es scheint, dass die Renegades die Designs erinnert. Sie haben wahrscheinlich einen Grund, um zu versuchen, wie Designs zu sehen. Okay. Ich denke, ich verstehe es jetzt. Sicher? Wiederholst doch noch öfter. Ja, der Anführer, würde ich mal schätzen. Kratos... Was soll ich denn jetzt... Wie soll ich denn jetzt kämpfen? Ich habe mich voll auf Kratos verlassen. Ich kann nicht ohne den kämpfen. Es geht nicht. Ich kann nicht. Ich will nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Das wäre so assi. Hm. Woah, wait. What? How could that be possible? Lloyd, hear me out. If we think of the Designs as a part of Crucius, or perhaps their pawns, everything makes sense. I remember one of the Designs five Grand Cardinals said, that their boss was Yggdrasil. Yep. Haben sie mehrere. Oh well. He's our enemy. He deceived us. He admitted it himself. He's one of Crucius's four Seraphim. Shit. Kratos is likely a subordinate of Yggdrasil. He probably joined us to make sure Colette didn't stray from the journey to regenerate the world. Dann nimm mal die Rasierklingen aus den Achseln. Nein. Ah. Die Musik passt mal überhaupt nicht zur Situation. Okay. 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 Ich mag ihn. Okay. Okay. Oh. Okay. 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 So. Okay. Okay. Oh. Oh. Das ist die Frage. Ja, das ist der Grund. Das ist der Grund, das ist die Frage, ne?